Nein, ich benutze keine Bilder. Sie lenken nur vom gesprochenen Wort ab. Multitasking ist ein Mythos und schränkt in Wahrheit die Aufnahmefähigkeit des Menschen ein. Er wird emotionalisiert durch Bilder in Verbindung mit Akustik. Das benutzt nicht nur die Musikindustrie, sondern auch die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Hier geht es um eine Materie, die nicht mit der aktuellen Logik einfach emotional erfasst werden kann. Sie widerspricht jeder Vernunft. Sie widerspricht allem, was wir jemals als richtig erlernt haben. Was uns als Regeln andressiert wurde, um in einem Ungleichssystem angeblich gerecht leben zu können. Da nicht einmal unsere erlernte Vernunft die Realität als irreal erfassen kann. Wertelehre. Was ist das? Man spürt, dass sie da ist und kann sie doch nicht benennen. Ich möchte ihnen dabei helfen. Stellen wir uns einen Menschen vor, den wir von seinem Recht, Nahrung zu beschaffen, abschneiden. Wie funktioniert das? Er muss Eigentum als Wert erlernen. Ihm müssen Regeln beigebracht werden. Die erste Regel ist, du sollst nicht stehlen. Er erhält also nur Nahrung, wenn er diese Regeln akzeptiert. Wenn er mehr Leistung erbringt, als notwendig wäre, um sich zu ernähren. Das ist Wertschöpfung. Nur dann gibt es Futter. Der kleine Mensch, der Nicht-Eigentümer, der Habe-Nichts, muss also Leistungsverschwendung betreiben. Folglich wird der erste Diebstahl, also die erste Eigentumsbeanspruchung an der Erde, absolut ignoriert. Es wird nicht als Diebstahl empfunden, sondern als natürliches Recht. Das ist der Erfolg, der Dressur in unserer Wertelehre. So kam die Grundregel in die Welt. Der Acker ist der Wert, auch wenn er nicht bestellt ist. Die Leistung selber wird daher umdefiniert in wertlos. Der Dualismus begann. Der Mensch teilte sich auf. Er erschuf sich einen Fragenkatalog, nachdem er entscheidet, wie er am besten sich gibt, also dressiert ist, um an Nahrung zu kommen. Und dafür gibt er seine Leistung her. Das ist die Matrix. Das ist die aktuelle Realität, die keine ist, die aber vom Menschen unbedingt und mit aller Gewalt verteidigt wird. Wer ihm seinen Wert, seinen andressierten Wert, die Matrix nimmt, wie also reagiert ein dressierter Mensch, der seinen Wert nicht hergeben will? Er erfindet noch mehr Moral, noch mehr Gesetze und noch mehr Richtlinien, um die Wertelehre einigermaßen ertragbar zu machen für die untere Schicht unserer Gesellschaftspyramide. Das ist die Gerechtigkeit in einem Ungleich- und Unrechtssystem. Der dressierte Mensch erfindet also eine andere Art von Belohnungssystem. Also er will anders Wert schöpfen. Er stellt die Wertschöpfung selber nie in Frage. Denn Leistung darf nie der Grundwert sein. Ansonsten muss er sein Belohnungsdenken, sein dressiertes Denken ablegen. Ein Mensch kann aus seiner Realität nicht heraus, weil er nicht erkennt, dass seine Realität nicht die Realität ist. Der Sklave definiert nämlich Freiheit nur in dem Sinne, dass er frei ist, wenn er Herr ist. Also er bleibt in der Matrix der Wertelehre. Das Vorrecht auf Wertschöpfung, also der Kapitalismus, war geboren. Wer also den Wert, das Eigentum weiterhin anerkennt und nur das Eigentum vergemeinschaftet, gibt die Wertelehre nicht auf. Es gibt trotzdem noch das Vorrecht auf Wertschöpfung. Man hält die Menschen in Abhängigkeit, dressiert sie und verlangt mehr Leistung, um eben diese Wertschöpfung betreiben zu können. Das Paradox. Der Dualismus beherrscht uns also weiterhin. Jede Lösung, die wir auf dieser Basis suchen, wird uns nicht befreien, sondern wir werden mehr Regeln, mehr Gesetze und mehr Moral einfordern müssen, weil nicht jeder für die Wertschöpfung benötigt wird. Das ist das Denken in der höheren Logik, in der Matrix, in unserer Wertelehre, was wir fälschlicherweise als Gerechtigkeit definieren. Aus diesem Grund erfahnt der Mensch soziale Systeme und Solidarität, eben Moral und die auch noch in Regeln und Gesetzen definiert. Unser gesamtes Gebilde von menschlicher Gemeinschaft ist also das Produkt einer falschen Wertelehre. Daher müssen wir den Grundwert, das Eigentum, aufheben als Werteinnahme und die Leistung dafür einsetzen. Wenn wir das geschafft haben, brauchen wir keine Wertschöpfung mehr und keinen Kapitalismus und kein Gemeinschaftseigentum oder gar eine Autarkie. Wir brauchen keine Regeln und kein Gesetz mehr, weil wir den Urgrund für den Dualismus abgeschafft haben. Wer also der höheren Logik der aktuellen Wertelehre folgt, ist lediglich ein dressierter Mensch, der nicht fähig ist, freie Entscheidungen zu treffen, sondern in Abhängigkeitsverhältnissen denkt und sich danach ausrichtet. Diese falsche Annahme von Wert macht aus Politikern wie aus deren Kritikern Ökonomen. Sie denken ausschließlich und nur wirtschaftlich. Folglich eint sie ein gemeinsames Ziel, das Aufrechterhalten der aktuellen Wertelehre, das Aufrechterhalten des momentan akzeptierten jetzigen Grundwertes. So ist der Weg das Ziel. Das beschreibt auch Konfuzius. Denn viele beschreiten verschiedene Wege. Aber das Ziel ist das Gleiche. Somit gibt es nur einen Wettstreit darüber, wie wir den Weg zum Ziel, also zur Aufrechterhaltung der Wertelehre, beschreiten. Das ist momentan die Infokrieger- und Wahrheitsbewegung. Für diese Aussage werden sie mich hassen. Aber warum soll ich die Wahrheit verschweigen? Vielen Dank.